Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sehen wir uns nun die Fallstudie zur Komponente Vertrieb retrospektiv an und analysieren zusammen, was Sie da eigentlich im Rahmen der Fallstudie getan haben. Um das zu tun, wechseln wir als erstes in unser SAP S4HANA-System und dort navigiere ich zur Gruppe Sales & Distribution. Wir sehen, dass mittlerweile schon etwas mehr im System gearbeitet wurde. Es gibt jetzt schon eine Reihe von Kundenanfragen, eine Reihe von Angeboten und eine Reihe von Kundenaufträgen. Ich steige hier ein über die App Kundenaufträge verwalten und die Fallstudie habe ich selbst durchgeführt. Der Beleg zu dieser Fallstudie ist hier der erste Beleg mit der Nummer 11. Navigieren wir als erstes zu dem Factsheet dieses Kundenauftrags und da sehen Sie das, was Sie auch selbst in der Fallstudie bearbeitet haben. Der Kundenauftrag besteht aus zwei Positionen. Einmal das Deluxe Touring Bike in schwarz und einmal das Profi Touring Bike in schwarz und den entsprechenden Mengen. Das Wunschlieferdatum ist heute in einem Monat. Das haben wir gemacht, um sicherzustellen, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig diesen Kundenauftrag beliefern können. Wir sehen auch im Bereich Geschäftspartner, dass The Bike Zone sowohl der Auftraggeber als auch der Rechnungsempfänger als auch schlussendlich der Regulierer für diesen Auftrag ist. Um jetzt im Detail zu analysieren, was Sie eigentlich in dieser Fallstudie getan haben, klicke ich hier auf Verwandte Apps und öffne den Belegfluss zum Auftrag. Hier sehen wir jetzt den Belegfluss zu diesem Kundenauftrag. Dieser Belegfluss ist, wie wir das schon gesehen haben, in zwei Bereiche unterteilt. Nämlich im oberen Bereich finden wir den operativen Belegfluss. Das sind die Belege, die im S4HANA-System angelegt wurden, um zu dokumentieren, wie der Prozess abgelaufen ist. Und im unteren Bereich finden wir den Hauptbuchbelegfluss, der eben darstellt, was im Finanzwesen gebucht wurde. Dieser Belegfluss stellt recht schön dar, wie der Ablauf im Rahmen der Fallstudie war. Wir haben begonnen, indem zuerst eine Anfrage angelegt wurde. Aus dieser Anfrage ist dann im nächsten Schritt ein Angebot entstanden. Wenn wir hier genau schauen, sehen wir auch, dass sich die Beträge von Anfrage zu Angebot geändert haben. Sie erinnern sich, Sie haben Rabatte vergeben. Das führt dazu, dass der Gesamtbetrag des Angebots geringer war als der der Anfrage. Dann wurde aus diesem Angebot ein Terminauftrag erstellt. Zu diesem Terminauftrag wurde eine Auslieferung erstellt. Die Auslieferung wurde kommissioniert und der entsprechende Warenausgang gebucht. Dann wurde der Terminauftrag faktoriert und schlussendlich hat der Kunde unsere Rechnung bezahlt. Die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Belegen im Bereich operativer Belegfluss und im Bereich Hauptbuchbelegfluss sehen wir, wenn wir diese Belege anklicken. Also Angebot, Anfrage, Terminauftrag und Auslieferung erzeugen keine Belege im Hauptbuch im Finanzwesen. Sie erinnern sich an die Grafik, die ich Ihnen im Miro-Bot gezeigt habe. Die blende ich hier auch noch mal ein. Da sehen wir das auch. Das ist genauso dargestellt. Der erste Beleg im Ablauf, der auch dazu führt, dass im Finanzwesen was gebucht wird, ist das Buchen des Warenausgangs. Und hier erkennen wir jetzt, dass im Bereich Hauptbuch der Buchhaltungsbeleg markiert wird. Das ist die Buchung im Hauptbuch zu diesem Warenausgang. Die Rechnung führt dann natürlich auch zu einer Buchung im Finanzwesen. Das ist dieser Buchhaltungsbeleg. Und dann wird der Prozess abgeschlossen, indem schlussendlich ein Zahlungseingang gebucht wird. Der Zahlungseingang hat keine Korrespondenz im operativen Belegfluss. Was wir jetzt machen werden, wir werden die einzelnen Teile dieses Prozesses analysieren. Wir fangen mit dem Terminauftrag an. Im Terminauftrag schauen wir uns noch mal die Konditionen an und danach die Einteilung und insbesondere die Rückwärtsterminierung für die Auslieferung. Um das zu tun, navigiere ich vom Factsheet in die verwandte App Kundenauftrag anzeigen. Als erstes sehen wir uns jetzt die Konditionen an. Das machen wir an der ersten Position. Mit einem Doppelklick komme ich zu den Details der Position und kann hier im Bereich Konditionen mir das Rechenblatt anschauen, das Sie mittlerweile schon kennen. In dem Rechenblatt sehen wir, dass zwei Konditionsarten hinzugefügt wurden. Zwei Rabatte, nämlich einmal ein Rabatt für das Material, Konditionsart K004 und einmal ein Rabatt Prozent vom Auftragswert, Konditionsart R00. Im Rechenblatt erkennen wir dann auch den Effekt dieser Konditionsarten, die wir für die Position hinterlegt haben. Wir sehen zum einen, dass der Materialrabatt von 50 US-Dollar zu einem Gesamtrabatt von 250 US-Dollar führt. 50 mal 5, weil wir eben eine Menge von fünf Fahrrädern haben. Außerdem sehen wir dann, dass der zusätzliche 5-Prozent- Rabatt zu einem Rabatt von 737,50 US-Dollar führt. In Summe haben wir also einen Gesamtrabatt auf dieser Position von 987 US-Dollar. Das ist jetzt der Verkaufspreis zu unserem Kunden. In Summe haben wir eben einen Verkaufspreis für diese Position von 14.000 US-Dollar, 14.012 US-Dollar 50. Es gibt aber noch einen weiteren Preis und das ist der Verrechnungspreis, der hier unten steht. Das ist der Preis, mit dem dieses Material in der Buchhaltung in unserem System bewertet ist. Jetzt ist die Frage, woher kommt dieser Verrechnungspreis von 1400 US-Dollar und das möchte ich Ihnen jetzt einmal noch zeigen. Dazu navigieren wir jetzt zurück in das Fact-Sheet zum Kundenauftrag und von da zu dem Material. Und im Produkt sehen wir jetzt, habe ich Ihnen schon gezeigt in den vorherigen Videos, ein sehr komplexes Stammdatum mit sehr vielen Sichten. Die Sicht, die uns jetzt interessiert, ist die Sichtbewertungskreise. Im Bereich Bewertungskreise ist abhängig vom Organisationsdatum Werk hinterlegt, wie dieses Produkt in der Buchhaltung bewertet wird. Mit unserem Beispielauftrag sind wir im Werk Miami, in dem Auslieferwerk Miami. Deshalb klicke ich hier das Werk Miami an und wir sehen hier im Bereich Bewertung und dann sehen wir hier im Bereich Bewertung, dass dieses Produkt mit einem Standardpreis von 1400 US-Dollar bewertet wird. Um was es sich bei dem Standardpreis handelt, werden wir später noch sehen, wenn wir genauer die Materialwirtschaft analysieren. Aktuell ist für uns erstmal nur interessant, dass das Material einen Bewertungspreis von 1400 US-Dollar hat. Und somit ist dann auch klar, woher unser Verrechnungspreis stammt. Der Verrechnungspreis, den wir hier sehen, diese 1400 US-Dollar, stammt direkt aus den Produktstammdaten aus der Sichtbewertungskreise für dieses Werk Miami. Und so kommen wir eben zu dieser Position. 7000 US-Dollar ergibt sich aus den 5 mal 1400 US-Dollar. Soweit die Konditionen in unserem Beispiel. Schauen wir uns als nächstes die Versandterminierung an. Dazu wechsle ich auf die Sicht Einteilung und hier auf den Versand. Und hier auf der Sicht Versand sehen wir jetzt, dass es die bekannten Termine gibt, die ich Ihnen im vorherigen Video erläutert habe. Es gibt nämlich ein Lieferdatum, ein Warenausgangsdatum, ein Ladedatum und so weiter. Ich hatte auch schon mal kurz erwähnt, dass diese Daten berechnet werden in Abhängigkeit von Versandstelle und Route. Und das schauen wir uns jetzt auch noch einmal im Detail an. Und insbesondere werden wir nachrechnen, ob das was hier passiert ist, korrekt ist, basierend auf diesen Informationen, die ich Ihnen im letzten Video gegeben habe. Um die Daten, die bei der Rückwärtsterminierung durch das S4HANA-System berechnet werden, jetzt nachvollziehen zu können, habe ich eine Seite in unserem Miro-Board angelegt. Was Sie hier sehen, ist zum einen ein Screenshot aus dem Kundenauftrag. Und außerdem sehen wir hier zum einen, welche Daten für die Versandstelle im Customizing hinterlegt sind und welche Daten für die Routen im Customizing hinterlegt sind. Ich habe die entsprechenden Werte jetzt auch schon mal in dem ersten Schritt in diese Tabelle hier eingetragen. Hier sehen wir zum Beispiel die Transitdauer. Und die Transitdauer, die können wir über die Route herausfinden. Das ist hier die Nordroute. Und wir sehen, die Nordroute hat eine Transitdauer von zwei Tagen. Die Nordroute hat auch eine Transportdispositionsvorlaufzeit von fünf Tagen. Die erkennen wir hier. Die weiteren Zeiträume, die wir brauchen, um die Daten zu berechnen, ist zum einen die Ladezeit. Die Ladezeit wird im Zusammenhang mit der Versandstelle hinterlegt. Die Versandstelle Miami hat eine Ladezeit von einem Arbeitstag. Auch die sehen wir hier. Und eine Richtzeit von drei Arbeitstagen. Das zeigt dieser Screenshot. Und die habe ich hier in unsere Tabelle eingetragen. Und was ich jetzt mit Ihnen machen werde, ist einfach nochmal die Rückwärtsterminierung nachzurechnen. Um das zu tun, tragen wir als erstes das Wunschlieferdatum ein. Das war in unserem Beispiel der 7.11.21. Vom Wunschlieferdatum müssen wir die Transitdauer subtrahieren, um das Warenausgangsdatum zu erhalten. Das sind zwei Tage. Das heißt, unser Warenausgangsdatum wäre der 5.11.21. Vom Warenausgangsdatum wird die Ladezeit subtrahiert, um das Ladedatum zu erhalten. Das ist ein Tag. Wir haben hier also den 4.11.21. Und nun wird vom Ladedatum die Richtzeit subtrahiert. Damit bekommen wir das Materialbereitstellungsdatum. Drei Tage in unserem Fall müssen subtrahiert werden. Das heißt, wir landen beim 1.11.21. Und außerdem wird vom Ladedatum noch die Transportvorlaufdispositionszeit. Ich habe hier noch ein Typo, den korrigieren wir mal noch. Die Transportdispositionsvorlaufzeit subtrahiert, das sind fünf Tage. Und damit landen wir jetzt beim 30.10.21. Ja, die Berechnung dieser Daten habe ich in dem vorherigen Video erklärt. Das werde ich auch in dem Video nochmal verlinken. Dann können Sie direkt da nachschauen, wenn Sie diese Berechnung sich nochmal anschauen wollen. Und was sehen wir jetzt? Überraschenderweise ist das, was das SAP S4HANA System berechnet, genau das, was wir jetzt hier nachgerechnet haben. Schauen wir uns das nochmal an. Wir sehen hier unser Warenausgangsdatum 5.11. Das Warenausgangsdatum finden wir auch hier. Das Ladedatum ist der 4.11. Auch das finden wir hier. Das Materialbereitstellungsdatum ist der 1.11. Hälfte. Und auch das Transportdispositionsdatum haben wir korrekt berechnet. Also Sie sehen, im Rahmen der Fallstudie hat das SAP S4HANA System genau das getan, was wir uns in dem Detailvideo angesehen haben. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Buchungen, die erfolgt sind, im Detail analysieren. Ich werde das Stück für Stück aufbauen und auch immer im Miroboard so die Parallele ziehen, dass man das nochmal nachvollziehen kann. Dazu gehe ich ausgehend vom Kundenauftrag wieder auf den Belegfluss. Wir wissen mittlerweile schon, dass die ersten vier Belege, Anfrage, Angebot, Terminauftrag und Auslieferung keine Buchung im Finanzwesen erzeugt haben. Der erste Prozessschritt, der eine Buchung im Finanzwesen erzeugt ist, der Warenausgaben. Diesen Buchhaltungsbeleg schauen wir uns jetzt als erstes einmal in der T-Kontensicht an. Das ist der Buchungsbeleg in der T-Kontensicht. Wir sehen, es sind zwei Dinge basiert. Zum einen erfolgt eine Buchung auf dem Konto, auf dem Bestandskonto für unfertige Erzeugnisse über 10.000 US-Dollar. Die besteht eben aus den zwei Positionen, 7.000 US-Dollar und 3.000 US-Dollar, die auf unserem Kundenauftragsbeleg Sie schon kennen. Und eine zweite Buchung erfolgt eben als Sollbuchung auf dem Erfolgskonto Umsatzkosten. Auch wieder in Höhe von 10.000 US-Dollar. Soviel erstmal zur Sicht in den T-Konten. Ich navigiere jetzt einmal noch zurück. Und wir werden uns jetzt diesen Buchhaltungsbeleg auch einmal in der Buchungssicht ansehen. Das ist jetzt nicht die T-Kontensicht, das ist sozusagen die klassische Sicht, die es früher im SAP ERP auch schon gab. Und hier sehen wir, dass dieser Beleg aus verschiedenen Positionen besteht, nämlich insgesamt enthält der vier Positionen. Und diese Positionen enthalten eben die Buchungen auf die verschiedenen Konten und entsprechend auch die Beträge dazu. Aus meiner Sicht ist es deutlich einfacher, das in der T-Kontensicht zu lesen. Deshalb werden wir die jetzt auch hauptsächlich verwenden. Was wir ja gesehen haben, ist, dass dieser Buchhaltungsbeleg vom Buchen des Warenausgangs ausgelöst wurde. Deshalb schauen wir uns jetzt auch nochmal diesen Warenausgangsbeleg gemeinsam an. Wie sieht der aus? Dieser Materialbeleg enthält zwei Positionen. Eine für unser Deluxe Touring Bike, eine für das Profi Touring Bike. Wir sehen, dass der außerdem eine Bewegungsart enthält. Die Bewegungsart ist hier dargestellt. Das ist Warenausgang zu einer Lieferung. Die Bewegungsart hat eine Nummer. Werden wir in späteren Videos noch genauer kennenlernen. Und wir sehen eben die entsprechende Menge dieser Warenbewegung und auf welches Werk und welchen Lagerort sich diese Warenbewegung bezieht. Das war der erste Prozessschritt, der eine Buchung im Finanzwesen erzeugt hat. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch nochmal in unserem Miro-Board an. Im Miro-Board habe ich zum einen diese Grafik, die darstellt, wann welche Belege erzeugt werden. Wir sehen hier bei Buchung des Warenausgangs wird ein Beleg in der Materialwirtschaft, den hatten wir uns als letztes angeguckt, und ein Beleg im Finanzwesen erzeugt. Ich habe den hier jetzt auch mit der Nummer 1 markiert und auch nochmal das verlinkt mit einem Screenshot, dass man den Zusammenhang sieht. Und die entsprechende Buchung, die erfolgt ist, habe ich hier jetzt mit der gleichen Farbe hinterlegt in dem Miro-Board. Wir sehen eben die Buchung auf das Konto für die unfertigen Erzeugnisse und auf das Erfolgskonto für die Umsatzkosten. An der Zahl erkennen Sie den Schritt, in dem wir uns befinden. An der Farbe können Sie die verschiedenen Sichten zusammenbringen. Der nächste Schritt nach dem Warenausgang war das Faktorieren des Kundenauftrags. Das sehen wir hier. Und außerdem sehen wir hier den zugehörigen Buchhaltungsbeleg. Was ich jetzt tun werde, wir markieren diese beiden Buchhaltungsbelege, also der Buchhaltungsbeleg, der aus dem Warenausgang erzeugt wurde und der Buchhaltungsbeleg, der bei der Faktorierung erzeugt wurde und schauen uns die jetzt wieder in der T-Kontensicht an. So also wir sehen jetzt hier schon, dass jetzt mehr Konten betroffen sind von der Buchung. Ich markiere diese Buchungen farblich, dass wir die jetzt auch gleich unterscheiden können. Also mit der Farbe blau habe ich hier den ersten Buchungsbeleg markiert. Das ist dieser, der diese beiden Konten betrifft und beim Buchen des Warenausgangs erzeugt wurde. Bei der Faktorierung werden drei Konten gebucht. Zum einen haben wir eine Buchung auf dem Konto für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über den Wert des Kundenauftrags von 20.092 US-Dollar und 50. Wir sehen eine Buchung auf der Habenseite der Umsatzerlöse über 15.000 und 3.400 US-Dollar. Das sind die Preise der Fahrräder ohne die Rabatte, die wir vergeben haben. Und wir erkennen außerdem, dass auf dem Konto für gewährte Rabatte die entsprechenden Rabattpositionen auftauchen. Da haben wir die 250 US-Dollar Rabatt, die aus dem Rabatt für die Deluxe Touring Bikes kommen. Und wir haben die 5% Rabatt auf die beiden Positionen für die Deluxe Touring Bikes und die Profi Touring Bikes mit ihren entsprechenden Werten. Und in Summe ergibt das eben dieses Bild, das wir jetzt hier sehen, mit Buchen des Warenausgangs und Faktorierung. Und das Ganze können wir uns jetzt natürlich auch wieder in unserem Miro-Board anschauen, wo ich das nochmal zusammengefasst habe. Wir sehen hier also der zweite Schritt, die Faktorierung, führt dazu, dass ein Beleg im Finanzwesen und ein Beleg im Vertrieb, das ist die Faktura, erzeugt wird. Das habe ich hier mit der 2 markiert und mit der roten Farbe. Wir sehen, das ist dieser Beleg in unserem Belegfluss und Sie erkennen auf der rechten Seite, dass diese 3 Konten gebucht wurden. Was jetzt noch fehlt, ist der Zahlungseingang. Der Zahlungseingang durch den Kunden erzeugt jetzt nur noch einen Beleg im Finanzwesen. Deshalb sehen wir auch keinen Beleg hier in diesem operativen Bereich, sondern nur in dem Belegfluss des Hauptbuches hier unten. Schauen wir uns auch das im System an. Ich wähle jetzt alle Belege aus und werde jetzt auch die entsprechenden Farben an die Belege hinterlegen, die wir auch in dem Miro-Board gesehen haben. Also hier jetzt die Darstellung. Blau markiert ist die Buchen des Warenausgangs. Rot markiert ist die Faktorierung und schlussendlich sehen wir jetzt die Buchung des Zahlungseingangs für den Kunden. Diese führt zu einer Sollbuchung auf dem Bankkonto und zu einer Habenbuchung auf dem Konto, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Durch diese Buchung im Hauptbuch wird jetzt auch das Nebenbuch des Kunden ausgeglichen. Im Gegensatz zum ERP ist das Nebenbuch keine eigene Tabelle mehr, sondern alle Buchungen landen im Universal Journal im S4HANA und werden dann eben ad hoc aggregiert, je nachdem wie sie benötigt werden. Das ist die Sicht im System. In unserem Miro-Board sieht das genauso aus. Hier ist die Buchung Nummer 3. Die ist hier dargestellt und grün werden eben diese beiden Kunden bucht. Damit sind wir jetzt einmal durch, durch unseren Prozessablauf, sowohl operativ als auch im Finanzwesen. Das letzte, was wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen, ist das Debitorenkonto zu unserem Kunden. Das machen wir in der App Debitoren Salten anzeigen. Ich habe mir die gerade jetzt mal gesucht. Jetzt müssen wir noch unseren Debitor auswählen. Also ich suche den mit Suchbegriff und Teil des Namens BikeZone. Das ist mein Debitor. Das Ganze bezieht sich auf den Buchungskreis in der USA. US00. Und ich muss natürlich noch ein Geschäftsjahr eingeben 2021. Und jetzt sehen wir hier die Buchungen zu diesem Debitor. Sie sehen, ich habe da schon ein bisschen mehr im System gemacht. Nicht nur diese eine Fallstudie. Im September habe ich hier schon gearbeitet. Jetzt aber im Oktober. Das ist unser aktueller Beleg, den wir jetzt gesehen haben. Hier sehen, es gab eine Sollbuchung in Summe von 20.092 US-Dollar. Ein Klick auf einen dieser Links sehen wir jetzt eben die Positionen, die zu diesem Saldo geführt haben. Ich habe jetzt die Filterung auf Soll haben entfernt. Wir sehen, es gibt hier zwei Einträge. Das eine ist die Buchungsbelegart RV. Das war die Rechnung, die Faktorierung. Und DZ ist die Debitorenzahlung. Von hier aus können wir jetzt uns die Details der einzelnen Buchhaltungsbelege auch nochmal anschauen. Navigiere ich zum Beispiel zu diesem Beleg, der durch die Faktorierung erzeugt wurde. Dann sehen wir, dass der aus verschiedenen Positionen aufgebaut ist. Das hatten wir uns vorher schon angeschaut in dem Belegfluss. Auch von hier könnte ich jetzt wieder mir die entsprechende T-Kontensicht ansteigen. Was wir außerdem in der Übersicht noch erkennen, ist wie die Belege zusammenhängen. Wir sehen, dass zu diesem Buchungsbeleg es einen Ausgleichsbeleg gibt mit der Nummer 1, 4, viele Nullen und die 5. Und das ist genau dieser Beleg, der eben die Debitorenzahlung enthält. Also man erkennt hier in der Sicht, dieser Buchungsbeleg wird durch diesen Ausgleichsbeleg ausgeglichen. Da können wir auch hin navigieren und sehen dann eben die einzelnen Positionen, die dieser Beleg enthält. Diese Belege hatten wir alle schon gesehen, als wir uns den Belegfluss operativ und im Finanzwesen angeschaut haben. Hier nur nochmal zum zeigen, dass sie auch über den Weg des Debitoren und des Debitorenkontos zu den gleichen Belegen gelangen können. Das war die Rekapitulation unserer Fallstudie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Du warst mal drei Tage wach, verdächtig, auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig. Du bist nicht auf Facebook. Verdächtig. Arbeitest nicht auf Hochdruck. Verdächtig. Du hast mit vier Leuten Sex. Verdächtig. Und schickst das Video deinem Ex. Verdächtig. Ihr seid alle nicht normal. Verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Break die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Break die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du hast ein Geheimnis. Verdächtig. Du schminkst dich manchmal heimlich. Verdächtig. Du bist depressiv. Verdächtig. Deine Zweifel sitzen tief. Verdächtig. Du pinkelst immer nur im Stehen. Verdächtig. Verdächtig. Du lässt dich von Netflix gehen. Verdächtig. Verdächtig. Alle deine Freunde Kiffer. Verdächtig. Verdächtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Break die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Bring die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du bist ineffizient. Verdächtig. Spielst in einer schlechten Band. Verdächtig. Deine Freunde nutzen Tor. Verdächtig. Die haben sicher Böses vor. Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist drei von diesem Netz-Mob. Verdächtig. Dieser Port-Scan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Pack die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Pack die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Schlaf-Trojaner ein. Pack die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig. Verdächtig.